Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 15. August 2019. Heute hört ihr die Geek Talk Daily 674 und für den einen oder anderen wird heute ein freier Tag sein. Katholischer Feiertag, oder ist es im Gesamt, ne ich glaube nur katholisch, zumindest in anderen Kantonen arbeiten sie hier in der Schweiz. Wie das in Deutschland und Österreich ist, weiss ich nicht genau, aber ich könnte mir das ähnlich vorstellen. Die heutigen Themen sind wertvollste Marke, 15, Schimpfwörter, Russen und Kartendienst. Apple hat es zum zehnten Mal geschafft, laut den neuesten Einschätzungen von Forbes oder der neuesten Liste von Forbes, als eine der wertvollsten Marken des Jahres zu gelten. Und das sind sie wieder eben mit 205 Milliarden US-Dollar, kurz vor Google, was heisst kurz, weit vor Google 167 Milliarden und noch viel weiter von Microsoft an dritter Stelle 125 Milliarden. Gefolgt in der Top 10 von Amazon, Facebook, Coca-Cola, Samsung, Disney, Toyota und McDonald's. Wer noch weitere Firmen nachlesen mag oder auch vielleicht die eine oder andere Schweizer Firma, aus meiner Woche logischerweise, der soll den Link in den Shownotes oder im Podcatcher deiner Wahl anklicken und sich ein bisschen einlesen. Sie ist da, immer kurz vor der IFA. Die neuste Version des Parallel Desktops in der Version Nummer 15 ist nun erhältlich. Mittlerweile gehört das Ganze ja der Firma Coral, die das im Frühling aufgekauft hat und ist dem Verarbeitungsrhythmus treu geblieben oder dem Veröffentlichkeitsrhythmus treu geblieben. Was gibt es Neues vor allem, neben ein paar Gimmicks und Geschichten und Möglichkeit vom Anzuschliessen des externer Hardware, also Peripherie, ist, dass Office-Anwendungen 80% schneller starten, 50% schneller in der 3D-Grafikverbesserung das Ganze funktioniert und eben auch die ganze Schnittstellen- und Benutzeroberfläche des Programms selber ist schneller geworden. Ausprobieren, austesten und anwenden, genau, würde ich mal sagen. In iOS 13 gibt es eine lustige kleine Geschichte, die hoffentlich nur ein Bug ist, denn wer handschriftliche Notizen macht und diese dann automatisch transkribieren lässt und dabei auf das eine oder andere Schimpfwort setzt, zumindest in englischer Sprache, der bekommt ein paar Unterstriche präsentiert. Die Wörter werden nämlich nicht übersetzt. Und das ist schon komisch, vor allem wenn man bedenkt, dass eben die Tastatur, wenn ihr es normal schreibt in der Tastatur, da keine Korrektur drin ist. Ich nehme an, das ist ein kleiner Bug, hoffe es zumindest, und mehr sehen wir dann sicherlich bald, wenn das OS da ist. Es ist ja nicht mehr so lange, bis im September. Die Sanktionen seitens USA in Richtung Huawei nehmen immer grössere Kreise an und verdichten sich oder verengen sich. Und somit, ja, machten die Chinesen etwas, was die Amerikaner wahrscheinlich nicht so toll finden. Die führen Gespräche mit russischen Internetkonzernen, unter anderem auch Mail.ru, einem den grössten Anbieter von E-Mail in Russland und den ganzen Ländern rundherum. Zusätzlich hat der Konzern neben dem E-Mail-Service auch Social Networks wie V-Kontakte und Otna, das lese ich jetzt besser nicht vor, okay, weil zu lang und kompliziert. Und ja, mal schauen, wie das dann ist, wenn plötzlich die neuen Huawei-Smartphones, wahrscheinlich vielleicht dann auch im Worst Case mit Harmony OS vorinstalliert, eben solche Apps bekommen. Ob das im Westen bei uns oder bei westlich amerikanischen, näheren Ländern gut ankommt, ist eine Frage, wo es wahrscheinlich nicht so eine große Rolle spielt, ist in China und Afrika und Südamerika. Da könnte sowas keine Rolle spielen und den Russen ein bisschen was in die Karten spielen. Und logischerweise den Chinesen auch. Und die Chinesen, da bleiben wir gleich bei Huawei, und das ist die letzte Neuigkeit von heute, die wappnen sich natürlich auch weiter. Neben dem, dass sie ein eigenes OS haben und eigene Geschichten da mit rundherum aufbauen, will man auch per Oktober eine erste Version der eigenen Kartendienste oder API zumindest haben, womit dann sich die ganzen Entwickler auch da mit einbinden können und wenn eben Google wegfällt, auch da Möglichkeiten haben. Schade, gibt man da nicht auf Open-Source-Lösungen zurück oder kooperiert mit anderen Möglichkeiten. Da gäbe es ja das eine oder andere. Mal schauen, vielleicht kaufen sie auch bald irgendwas dazu. Geld hätten sie auf jeden Fall sicherlich nicht zu wenig. Und ja, wir werden es auf jeden Fall weiterverfolgen und euch hier oder auch im Mutter-Podcast, im Geek Talk News-Format, weiter euch auf dem Laufenden halten. Das war es mit den Neuigkeiten für heute. Morgen gibt es noch einmal diese Woche und dann ist sie auch schon rum. In diesem Sinne, euch einen schönen, erfolgreichen Tag und wir hören uns bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss! Hört mehr Geek Talk! Hört mehr Geek Talk!